Kommt mit zu den Sommers, kommt mit nach Burghausen, wir zeigen euch heute unsere kleine Welt. Los geht's! Ein Flamingo im Freibad. Sollen wir Fange spielen? Coole Idee! Ich fang dich! Da kommen Maria und Fynn. Hallo zusammen! Seid ihr soweit? Ja, haben alles gepackt. Auf ins Freibad. Los geht's! Was für ein schöner Tag! Wer kommt mit ins Wasser? Dattabaden! Von hier können wir gut ins Babybecken sehen. Voll cool hier! Vorsicht, Spurzerlaub! Jungs! Ja, da Flamingo da! Mama, Flamingo da! Mama, Flamingo! Mama! Meinst du Flamingo? Ja, ja! Da, ja! Finn, hier leben gar keine Flamingos. Nur im Zoo. Flamingo, Flamingo! Das ist so cool! Das macht Spaß! Kommt, lasst uns zu unserem Platz gehen und eine Pause machen. Gute Idee! Ich habe voll Hunger! Hm, lecker! Flamingo! Voll gemütlich hier! Mama, Flamingo! Was hast du denn heute mit Flamingo? Möchtest du einen Kaffee? Gerne! Voll schön hier! Wo ist eigentlich Finn? Seltsam! Gerade war er doch noch hier! Komm, wir suchen ihn! Finn, wo bist du? Finn! Finn, wo bist du? Finn! Finn! Ich höre was! Kommt hier lang! Das kommt aus der Unkleidekabine! Finn, da bist du ja! Da, da, Flam! Das gibt's ja nicht! Da ist ja ein Flamingo! Oh, Finn! Jetzt weiß ich, was du uns die ganze Zeit erzählen wolltest! Wie cool! Wie kommt der Flamingo hierher? Ich rufe mal Isa im Zoo an! Der Flamingo ist tatsächlich ausgebüxt! Er wollte wahrscheinlich zum Baden gehen! Da kommt Isa! Das ist ja ein Ding! Das Freddy einen Ausflug ins Freibad gemacht hat! Freddy, komm schnell mit nach Hause, du Ausreiser! Die anderen Flamingos warten schon auf dich! Ein Flamingo im Freibad! Das erlebt man auch nicht jeden Tag! Ich wünsche euch noch einen schönen Tag! Und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen! Tschüss! Bis bald! Untertitelung. BR 2018